Wir haben wieder Toja und Modell und ich baue da dann ein Arzt und ich baue da dann ein... Du musst nur ganz unten abbauen. Und Miguel, redest du? Hallo? Und hier und ich mache da der... Ich weiß nicht, was machst du gerade? Mit was spielst du? Toolbox oder nun war es Minecraft? Ich spiele da die Toolbox, natürlich. Ich spiele es trotzdem klasse. Ja, warte. Du sprichst trotzdem wie, als ob du ohne Toolbox spielen würdest. Du spielst gerade. Du spielst halt ein normales Minecraft? Fast normales Minecraft. Ja. Wollte mal, darf der Mann auch da reinholen? Also, ja, weil man kreativ ist. Ja. Ich bin dabei, aber spiele nicht selber. Vielleicht hat er was im Hintergrund. Sag ich irgendwie bei jedem Video. Und, er hat dein Handy. Und, er hat dein Handy. Der sagt, er kann ich nicht mit meinem Bruder spielen. Vielleicht hört ihr was im Hintergrund. Bitte nicht, bitte nicht. Und, ähm, ja. Wie, der spielt. Wieso hast du ohne Sounds? Mach mal lauter. Hört man nicht mal mein Dada. Okay, jetzt kann man besser hören. Wir können besser Minecraft spielen. Oder? Ja. Gut. Hier, das ist mein Dada. Hier. Wofür brauchst du die Blume? Oh mein Dada. Oh mein Dada. Und, ich muss die, äh, Fläser anmachen. Und, du? Und, du? Und, du? Und, da ist dann. Und, die andere Seite. Oh, hier. Oh, hier. Hier? Ja. Du bekommst gleich, da mal zu schnell runter. Und, jetzt runter. Gut. Wo, ja. Bum, wenn du jetzt? Soll ich übernehmen? Ja. Ich übernehme Fingfugur. Okay, das ist immer komisch, dass ich in jedem Video von dir habe ich noch dabei wäre. Ich bin da. Oh mein Dada. Oh mein Dada. ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr das ist das Haus Ah der war nur so hoch das ist aber das ist das Haus weil dein Haus war auch so hoch ja das ist das ja jetzt würde ich gerne ein Facebook bei dir einbauen aber ich weiß nicht wie das geht Ah hier wollte ich einmal hier ja so da wenn ich diesen Sieg benutze da wohne ich in diesen Haus Hi Hi Ach jetzt Ach das bin ich jetzt Ich muss vielleicht was was ich hier verdoppeln gerade muss bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht ihr hört mich jetzt richtig peinlich aber ist mir egal ist mir bitte nicht bitte nicht bitte nicht Hilfe vielleicht hat ihr Halk hier im Hintergrund und das ist sehr komisch und das ist sehr 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 komisch dass ich gerade richtig laut reden muss und gut und ähm ja ich muss gerade was machen denn ich rede gerade so laut bei meiner keine Ahnung nein ok meine Mutter schon ähm ja 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 wieso ist da Erde drin ne wieso ist das Haus Erde das haben die wir jetzt schon gemacht sehen ja ich war das nicht ich bin ja nicht in deiner Welt gegangen weil du das doch doch nicht ja ich hab kein Handy und ich schlabber jetzt ich und er wird jetzt alle überlassen wie nennst du das die Welt willst du ein Projekt machen dass du ganz viele Videos willst du ganz viele Videos in dieser Welt machen ja ok wie nennst du dein Projekt Juhu Autsch kein Schaden vielleicht auf die Türen oder irgendwelche Waschmaschinengeräusche sorry oder nicht schlafen nicht schlafen alles da und vielleicht husten hier gibt es vielleicht Kranke und jetzt muss ich wieder gesteuern wegen zum Überdecken zum Überdecken und irgendwas ich will nämlich eine Familie so wie ich kann geheim halten es ist für mich die interessanteste Familie wie ich bin ja auch nicht so interessant und ich lebe bald unter der Brücke so hier kommt er nicht hoch und guckt sich dich an wieso kann er fliegen das ist ein neues Minecraft Update ich brüchte auch mein neues Update denn ich bin immer noch der gleiche Villager alles klar jetzt kann ich wieder leise sprechen ja Baba alles klar als ob du das ich spiele eigentlich ich spiele mal mit dir du weißt dass du nicht alleine spielst weil dir andere zuhören und und ich bin da so bei Minecraft ja alles klar als ob du das wir wissen das wir sehen dass es ein Minecraft ist und das spielt ohne Texture Pack wie ich ist eigentlich ich bin eigentlich ich bin eigentlich ich bin elektronische Technologie 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 eher ohne weil er nicht möchte oder alles klar wer hat Maury wer hat Maury war saubern falsch 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 das ist hier richtig ich zeigte wo dies hier ist feuer das ist dass du mir schaden bekommt damit ja auch das hier auch hoch noch weg natürlich zwei drei vier ok jetzt sehen und feierstbeck und breaking ok Ja, das ist gut. Und das ist der da? Ja, schlag mal in Village. War Ben? Auch? Und du vor Tod? Ja. Das ist die Feuer. So ein Schwert habe ich doch auch in meiner Sendung gehabt. Meine Folge, als wir auf dem Server gespielt haben. Ja. Willst du bald in deinem Kanal auch mal auf dem Server spielen? es ist auch so ein richtiger server weil wir spielen ja auch manchmal auf servern und hier ist mein eingang hier was hier der eingang hier was hier der eingang die und das er war ja die geht wenn auch nicht die bei dir kann man es nicht er benutzt er hat denn er hat sehr komische baumethoden er macht das und er hat oder die speicher auf einmal oder 662 fotos und dem handy gelöscht haben ich zeige ich habe jetzt wieder das sind immer wurde wo ich gar nicht hier drauf spielen kann bald musst du wieder sehen wo ist wirklich eingangs hatte muss immer gucken wo der eingang war ich bin der wunderschönen ich bin der wunderschönen und etwas komisch sind, das sind die von meiner Mutter, denn wir haben den Kanal meiner Mutter und dieser Junge, der seinen Kopf immer in so eine Richtung hält in so einem Video, das ist ein Freund. Und das kleine Kind da, wer ist das? Wer ist das, Miguel? Wer ist der süße Spatz in diesem Video von Mama? Ich? Nein, als du noch ganz klein warst. Ja. Jetzt bist du schon ein Kindergartenkind, ein großes, großes Kind, oder? Ja. Und vielleicht hat er andere Sprachen im Hintergrund, ich hoffe nicht. Miguel, beendest du dein Video in der Nacht? Und machst du dann noch ein Video? Ja? Du kannst doch einfach hochfliegen. Hebel nicht. Okay. Der Tod der Wildscher ist schon einmal gesichert. Whose name is? John Tina. Wow. Ich dachte, John's Miguel. John. John Miguel. Der Tod ist die Qual der Wahl. Warte, was? Rede, mein Miguel. Du musst mich den Namen nicht verreden. Hallo. Ja, dann wird es halt irgendwas dabei. Baba. 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 Was auch irgendwo, was auch zu mein Gott gehört. Baba. Baba. Aber richtig reden, ja? Ja? Nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Nein. Oh, 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 okay. Oh, 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 okay. Yay. Nein. Was? Nein, oh ja. Okay. Das hier ist mein guter Lost. Wieder laut. Du musst sagen, hier ist Lost Miguel als begrüßt und irgendwie so. Ich habe nämlich, hallo, hier ist der Lost Gamer. Nein. Nein. Und du sollst es lieber, wenn du stirbst, dann musst du das Video zählen, ja? Aber nur, wenn du stirbst, du kannst ja nicht sterben. Oh, da. Immer noch. Ja, da ist ja Wasser im Hintergrund. Wie gewendest du das Video? Äh, äh. Dann musst du es auch weiter spielen, ja? Ja, da muss ich dir. Ja. Ja. Ja, warte, warte, warte. Warte. Oh, okay. Was musst du sagen? Ciao, Leute!